Hallo und herzlich Willkommen zu Call of Duty 2. Wir spielen... ja, weiter wo wir das letzte Mal aufgehört haben, hoffe ich. Und los geht's. Hey Leute, hört up. Wir sind die only ones left. Everyone else is either dead or wounded. The battalion is promised to relieve us soon. But I wouldn't hold my breath until we get some... German counterattack! German counterattack! Venetman border teams, 보는 up the hill! Tyler, get out there and take out these Cron-Border teams. Everyone else, get to your station, move! Okay. Ahhh... Ich hab schon runtergestellt mit der Lautstärke, aber... Ich unterschätze das scheinbar jedes Mal. F. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ich sehe sie nicht. Wo? Da. F. Wo müssen wir entlang? Kommt, komm, komm! Perfekt. Müssen... Na, aus... Wo müssen wir da hin? Okay, scheinbar müssen wir hier entlang. Boah, ich bin irgendwie doof. Au. Irgendjemand hat mich getroffen. Wo muss ich hier entlang? Ah. Wie wär's? Ich verstehe dummerweise nicht, was ich machen muss. Tut mir leid. Aber... Ah. Nein! Okay. Okay. Die Folge startet nochmal wieder Grandios. Was ist noch ein Schuss? Verdammt, wo kommen die alle rein? Wo kommen die rein und wieso kann ich nicht raus? Hier ist überall Stracheldraht. 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 Hier kann ich nicht dran. Habe ich irgendeine Secondary, die mir hilft? Ne. Au. Aber wo kommen die hier her? Boah, jetzt kann ich doch nicht mal schießen. Scheiße. Oh mein Gott. Verdammt, was mache ich hier? Nee, kann ich nicht rüber. Auf. Weg mit dir. Ich bin da rüber. Wieso kann ich das nicht? Wieso kann ich das nicht? Oh. Achso, ich muss die Mörser ausschalten. Sag das doch gleich. Boah, ich schlag mich hier mit den ganzen Sachen rum und... Wo seid ihr... Wo seid ihr... Tja. Reloading. Boah. Ja, also Englisch und Ballerspiel und aufnehmen zusammen, das... Wow. Geht überhaupt nicht. Wie ihr bemerkt. Tschüss mit dir. Und du auch. Ich muss schon wieder nachladen. So. Wo bist du jetzt, du Mörser? Da unten musst du irgendwo sein. Ich seh dich nun dummerweise überhaupt nicht. Ach. Durch den Stacheldraht. Da. Komm, hol und... Super. Okay. Rush-Modus. Shit. So. Was muss ich hier drinnen wieder machen? Gar nichts. Okay. Verdammt. Da. So. Tschüss mit dir. So. Ich muss jetzt... Das war nur die erste Brüte! Sie bringen eine zweite Waffe in einem Moment! Reload und füge Weapons und Ammo! Geh es runter! Sie testen auf die Gefahr! Die realen Attack sind jetzt los! Das ist los, Leute! Füge Weapons und Ammo! Artillerie Barrage! Take cover! Warcraft Artillerie! Take cover! Cover! Was für Scheiß passiert jetzt? Ohhhhhhh... Ok! Ohhhhhhh... 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 Natürlich! Nehmen wir das! Oh, hier liegen jede Menge Panzerfäuste! So jetzt geh ich manchmal rein! So jetzt geh ich manchmal rein! Was soll ich machen?! Was soll ich machen?! Ok, ich bleib mal hier drinnen! Was soll ich denn hier noch machen? Sie benutzen Smeakäste für sieben! Gане! Ich nehme eine kleine Wahre! Das ist gar nicht. Und woher sie kommen? Hier kommt die zweite Waffe! Schau es runter!